Ruben Schröder, er fehlt. Er wird doch noch ganz lange fehlen. Und jeder kennt das Gefühl aus seinem Privatleben des Verlustes. Und die ewige Frage, warum? Du bist scheiße! Hallo, Ruven. Ich bin sicher, du schaust zu. In diesem Geschäft Fußball, habe ich gelernt, gibt es wenige wahre Freunde. Jetzt ist einer dazugekommen. Am 18. Oktober werde ich jedes Jahr bis zu meinem Lebensende bei Ruven Schröder anrufen. Ich habe einen Freund gefunden. Du bist immer noch scheiße! Warum?